Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier das russische Schlachtschiff auf Stufe 8, die Sowjetski Soyuz am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen verbaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte vergleichen diese mit anderen Schlachtschiffen auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich einmal Zielsystem Mod 1, um einfach die Genauigkeit besser zu machen. Im zweiten Slot nutze ich Schadensbegrenzungssystem Mod 2, um einfach weniger anfällig gegen Brände zu sein. Gerade bei diesem Schiff kassiert man doch relativ viel Brandschaden, weil die Trefferpunkte einfach so hoch sind und das Ganze ja prozentual gerechnet wird. Als drittes nutze ich Tarnsystem Mod 1, um einfach einen besseren Tarnwert zu haben und außerdem die Streuung vom Gegner zu verschlechtern, was ganz wichtig ist. Und als vierten Slot hoppt Batterie Mod 3, um einfach die Ladezeit zu verbessern, um häufiger schießen zu können. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit drei Aufladungen. Als zweites die Reparaturmannschaft mit zwei Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 440 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 12.300 Trefferpunkte pro Aufladung. Und zu guter Letzt haben wir noch die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Katapultjäger mit vier Aufladungen, den Aufklärer mit vier Aufladungen und der verbesserten Sekundärgenauigkeit mit drei Aufladungen. Ich werde auf jeden Fall den Aufklärer nutzen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Schlachtschiffen auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 97 Punkte, Trefferpunkte sind 88.100. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut für die Stufe. Panzerung 19 bis 495 Millimeter. Schauen uns dort auf jeden Fall auch kurz die Panzerungsgruppen an. Haben hier auf jeden Fall 32 Millimeter Bugpanzerung, was natürlich relativ Standard ist. Dann kommen wir zur Deckpanzerung, wo wir 25 bis 60 Millimeter haben. Hauptsächlich aber hier die 60 Millimeter. Das ist natürlich nicht verkehrt. Schauen wir uns nochmal hier schnell die Geschütze an. Und zu guter Letzt werfen wir auch nochmal einen Blick auf die Zitadelle. Und die Zitadelle ist auf jeden Fall wirklich gigantisch groß. Also wirklich richtig, richtig groß. Und auch wirklich hoch die Zitadelle, also die Breitseite. Da muss man auf jeden Fall richtig aufpassen. Dort wird man auf jeden Fall sehr häufig Zitadellen kassieren. Aber allgemein ist die Panzerungsanordnung relativ gut für das Schiff, wenn man dieses richtig anwinkelt. Und die Torpedoschadensverringerung sind 37 Prozent, was genau im Durchschnitt liegt. Dann kommen wir zur Artillerie. Artillerie, dort haben wir 88 Punkte. Und bei der Hauptbatterie 3x3 406 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 17,4 Kilometer. Was doch eher ein schlechter Wert ist für die Stufe. Eine Ladezeit von 33 Sekunden, was auf jeden Fall auch ein schlechter Wert ist. Sehr langsame Nachladezeit. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 30 Sekunden, was wiederum ein sehr guter Wert ist. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 5800 mit einer 40%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 13.250. Damit haben wir auf jeden Fall einen unterdurchschnittlichen HE-Schaden pro Minute. Und auf jeden Fall auch einen leicht unterdurchschnittlichen Feuerstarter. Und der AP-Schaden pro Minute ist leider auch sehr stark unterdurchschnittlich von den aktuellen Stufe 8 Schlachtschiffen sogar der schlechteste. Dennoch ist natürlich trotzdem die Hauptbewaffnung gerade bei den russischen Schlachtschiffen immer sehr gut, was die Penetration angeht. Dementsprechend bin ich mir auch sicher, dass man dort gute Treffer landen wird. Bei der Sekundär haben wir 6x230 mm Geschütze mit einer Reichweite von 5 km und einer Ladezeit von 5 Sekunden. Dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 1900 mit einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Flugabwehr haben wir 73 Punkte und dort haben wir 4x425 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 34 und einer Reichweite von 3,1 km. Dennoch 8x237 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 470 und einer Reichweite von 3,5 km. Dennoch 12x437 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 122 und einer Reichweite von 3,2 km. Und zu guter Letzt noch 6x230 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 74 und einer Reichweite von 5,2 km. Damit haben wir leider eine schlechte Flugabwehr für die Stufe, um genau zu nehmen. Die aktuell schlechteste Flugabwehr von allen Stufe 8 Schlachtschiffen. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 35 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 28 Knoten, was auf jeden Fall langsam ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 950 Meter, was mehr oder weniger im Durchschnitt liegt, niemals schlechter. Ruderstellzeit sind 14,9 Sekunden, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist auf der Stufe. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 29 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 15,8 km, was minimal besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft sind 12,6 km. Auch hier hauchdünn besser wie der Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 km. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 15,2 km, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Lev Geller mit der Basisfähigkeit brennender Pfeil. Und geskillt haben wir einmal flammierter Kanonier, rotierende Bohrer, um einfach nochmal den AP-Schaden zu verbessern. Treffsicherheit für die bessere Streuung. Denn Streckenrekord in XXL für noch eine bessere Reichweite. Als legendären Skill will zum Wiederaufbau, kann immer mal hilfreich sein. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Andrew Cunningham, um einfach die Genauigkeit zu verbessern. Und den Paolo, die Rivelle, um die 33 Sekunden Nachladezeit in Kombination mit den Modulen etwas zu senken. Alternativ ist aber auch Azulain Scharnhorst auf jeden Fall eine gute Inspiration, um hier nochmal die Streuung zu verbessern. Oder der Mikael Cat drauf, um noch ein wenig die Drehgeschwindigkeit der Hop-Batterie zu verbessern. Ich bleibe aber bei dieser Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Bär des Glücks im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Azukai in der Daini. Und der Senegal mit der Buffalo. Wir hatten hier auf der C-Seite. Ein Zerstörer und Gegner-Team. Drei Kreuzer, fünf Schlachtschiffe haben hier auf jeden Fall den Zerstörer-Vorteil. Ich hoffe, dass unsere Friesland, die bei B startet, Richtung A fährt. Weil dort ist auf jeden Fall Aufklärung gefragt. Und los geht es. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wahrscheinlich ein bisschen zu flankieren. Sofern möglich, je nachdem wie viele Gegner hier auf der Seite sind. Deswegen fahren wir auf jeden Fall erstmal nach links. Versuchen dort vielleicht außerhalb von C zu kommen. Friesland fährt fürs Erste nach vorne. Dreht hoffentlich aber noch ab. Schauen wir mal, was wir auf unserer Seite haben. Dort ist auf jeden Fall schon mal die feindliche Yamato. Ich bin aber natürlich gerade voll Breitseite. Dementsprechend möchte ich auch nicht aufgeklärt werden. Und benutze gerade mal nicht meine Hop-Batterie. Wir versuchen uns als erstes erstmal in Position zu bringen. Wäre natürlich ein bisschen unklug, wenn man jetzt einfach schießt und dann natürlich Breitseite zeigt. So, Yamato hat theoretisch geschossen. Aber wie gesagt, wir versuchen uns jetzt erstmal eine gute Position zu kreieren. Und dann können wir immer noch die Gegner beschießen. Baltimore fährt rückwärts da hinten. In der Mitte ist eine Main. Da können wir eventuell mal über die Insel rüber schießen. Fährt hier Breitseite zu uns. Werden auf jeden Fall nicht mal aufgeklärt beim Schießen. Ein paar Granaten sind in der Insel hängen geblieben. Aber hier 20.000 gegen die Breitseiten Main in der Mitte ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und unsere Position sollte immer noch unbekannt sein für die Gegner. Eventuell können wir sogar noch eine zweite Salve über die Insel schießen. Geht aber leider zu. Haben wir noch die Donskoy auch in der Mitte. Auf maximaler Reichweite. Geht aber auch wieder zu. Yamato. Die feindliche ist aber auf jeden Fall schon mal schnell rausgegangen. Das ist natürlich super. Leider hier auch die Baltimore-Tour gegangen. Da hätten wir auf jeden Fall vielleicht eine gute Möglichkeit gehabt. Auf die Breitseite zu schießen. Stattdessen gehen wir hier auf die Yamato. Leider keinen guten Treffer. Nur 6.000 gemacht. Obwohl wir den Aufklärer genutzt haben. Feindlicher Zerstörer ist auf jeden Fall schon mal aufgeklärt bei A. Das heißt da brauchen wir auf jeden Fall keine Angst vor haben. Und noch eine Salve ist draußen Richtung Yamato. Diesmal zeigt er auf jeden Fall ein bisschen mehr Breitseite. Und ja auf jeden Fall hier 34.000 nimmt man mit. Können wir uns nicht beschweren. Mit 12 Zieltreffern hier fast 60.000 Schaden erreicht. Das ist doch in Ordnung. Und wir sind immer noch unbekannt. Weil wir uns hier einfach wirklich relativ gut positioniert haben. Können hier nochmal auf die Yamato schießen. Gucken mal ob dort auf jeden Fall nochmal was Gutes bei rauskommt. Leider was mir aktuell überhaupt nicht gefällt. Einmal dass natürlich unsere Friesland schon draußen ist. Das ist natürlich bitter auf der A-Seite. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben auf der anderen Seite zwei Schlachtschiffe gehabt. Die bei A gestartet sind. Und eins davon ist jetzt einfach weggefahren. Das ist jetzt bei B. Ist natürlich komplett unnötig. So haben wir jetzt hier auf dieser Seite vier Schlachtschiffe. Und auf der anderen Seite nur eins. Und das möchte man auf jeden Fall nicht. Man möchte auf jeden Fall so gut wie es geht. Die Schlachtschiffe auf der Karte verteilt haben. Um einfach die Gegner in unschöne Winkel zu zwingen. Durch Kreuzfeuer. Und das ist natürlich hier nicht gewährleistet. Wenn wir vier Schlachtschiffe, die sich Richtung C auf den Weg machen. Wie gesagt wir sind hier ja relativ aggressiv nach vorne gefahren. Müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Weil wir hier alleine mehr oder weniger gegen vier Schiffe sind. Die auf uns schießen. Deswegen werden wir auch einen Rückwärtsgang fürs erste einlegen. Schießen hier auf die Baltimore. Leider nur drei Overpens. Und warten jetzt hier mal ein bisschen. Bis entweder unser Team ein paar gute Seifen gegen die Gegner rausbekommt. Die Yamato zum Beispiel zeigt ja Breitseite zu unseren anderen Schlachtschiffen. Wir können jetzt hier mal versuchen auf die Donskull zu schießen. Nutzen hier auch unser nächstes Tadensbegrenzungsteam. Versuchen hier hinter die Insel zu kommen, um quasi nicht mehr aufgeklärt zu sein. Die einzige Möglichkeit hier, um das Fokusfeuer auf jeden Fall zu überstehen. Aber man muss dazu sagen, die Sowjetski Soyuz ist auf jeden Fall super gut da drin. In Überleben. Fokusfeuer aushalten. Bis man zumindest die Schadensbegrenzungsteams alle verbraucht hat. Das kann das Schiff relativ gut, sofern man keine Breitseite zeigt. Gut, die Yamato ist jetzt auch draußen. Aber es sieht natürlich nicht sonderlich gut aus auf der A-Seite. Ist natürlich auch logisch. Wir hatten dort einfach ein Schiff weniger. Beziehungsweise zwei sogar. Weil das eine Schlachtschiff weggefahren ist aus unserem Team. Und als allgemeine Empfehlung würde ich auch immer sagen, Versucht auf jeden Fall, wenn ihr auf den Außen spawnt. Man hat ja immer, man spawnt rechts, links oder in der Mitte. Bei den Außen spawnt kann ich nur empfehlen, bleibt auf jeden Fall auf eurer Seite. Da helft ihr eurem Team am meisten zu 90%. Das kann man natürlich nicht in jeder Runde sagen. Das kommt natürlich immer darauf an. Wenn man zum Beispiel auf einer Seite keinen Zerstörer hat, dann ist es halt unangenehm als Schlachtschiff. Aber das war in der Runde ja nicht der Fall. Und ja, in der Mitte muss man halt ein bisschen gucken. Je nachdem, wo man denkt, welche Seite braucht am meisten Hilfe. Oder welche Seite hat vielleicht nicht den Schiffstyp, den ihr gerade spielt. Angenommen, auf der linken Seite starten drei Schlachtschiffe. Ihr startet mit einem Schlachtschiff in der Mitte. Fahrt ihr natürlich nicht zu der Seite, wo schon drei Schlachtschiffe sind. Sondern versucht auf die andere Seite zu fahren, wo dann vielleicht ein Schlachtschiff ist. Um dort zu helfen. Als Zerstörer natürlich auch. Ihr wählt hier die Seite, wo kein freundeter Zerstörer ist. Also auf jeden Fall keine gute Aufteilung. Auch wenn wir punktemäßig sogar vorne sind. Und der Asukai sich gerade sogar das D-Cap genehmigt. Sind hier auf jeden Fall immer noch relativ aggressiv. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir einfach ein bisschen gewartet haben. Unsere Schlachtschiffe aufschließen lassen haben. Werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr ganz im Fokusfeuer bleiben. Einfach mehr Ziele für die Gegner sind. Aber leider fahren auch alle drei Schlachtschiffe, wenn wir mal auf die Minikarte gucken. Bereit seid ihr irgendwie zu den Gegnern von unserem Team. Und der feindliche Zerstörer ist bereits im B-Cap angekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr unangenehm. Und auch leider, der Asukai konnte das D-Cap nicht einnehmen. Er wurde resettet. Wurde wahrscheinlich geradert hier von der Baltimore. Die dafür jetzt gestorben ist. Aber auch der Zernigel hier schon einiges an Trefferpunkten. Wird der Buffalo verloren. Wird vielleicht sogar gleich schon leider rausgehen. Und ja, wie gesagt, andere Seite haben wir leider sehr, sehr hart verloren. Weil dort einfach nicht der nötige Support da war. Wir haben jetzt vier Schlachtschiffe quasi in der Position, wo wir gerade sind. Was uns als Team natürlich nicht unbedingt viel bringt. Weil die Gegner haben natürlich jetzt die komplette Kontrolle der Karte. Drei von vier Caps. Und wir sind eingekreist von den Gegnern. Also relativ unangenehm. In der Mitte kommt auch noch die Widgeter durch. Das ist natürlich auch nicht so gut. Gucken wir mal, ob wir dort guten Treffer landen können. Wäre natürlich jetzt wichtig, um hier auch den Asukai zu supporten. Leider nicht unbedingt Glück gehabt mit der Streuung, müssen wir da sagen. Und auch nur einen Treffer bekommen. Entscheidend in der Runde wird auf jeden Fall sein, ob der Asukai es schafft, die feindliche Yugumo bei B gleich rauszunehmen. Hat dort mit der Delny natürlich sehr, sehr hohe Vorteile. Yugumo hat natürlich die schlechteste Hop-Batterie. Oder ist zumindest das schlechteste Schiff, was die Hop-Batterie angeht, auf der Stufe. In Kombination mit den wenigsten Trefferpunkten. Von daher bin ich der Guter Dinge. Und wenn wir dennoch die Widgeter irgendwie rausbekommen, könnte das auf jeden Fall doch nochmal hier ein Sieg werden. Glücklicherweise die John-Sky und Main links komplett ab vom Schuss. Sind mehr oder weniger keine große Bedrohung. Machen natürlich ein bisschen Schaden gegen unser Team. Aber sind relativ schlecht positioniert. Aber unsere Schlachtschiffe geben sich ja auch Mühe, Breitseite zu fahren. Und leider Gottes wurde der Asukai von der Yugumo rausgetorbt. Ist dort einfach zu dicht rangefahren. Konnte dort auf einen Kilometer nicht mehr den Torpedos ausweichen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und damit ist leider auch die letzte Chance auf einen Sieg in der Runde dahin. Feindliche Yamato kommt jetzt hier auch noch zurück. Es wäre natürlich wichtig gewesen, wenn wir oben den Zerstörer rausnehmen, das B-Cap wiederholen, wenn die Widgeter aufklären, diese eventuell noch rausnehmen. Die Brandenburg haben wir auch schon gut getroffen. Aber das wird leider nicht mehr passieren. Wir haben jetzt hier nur noch zwei von unseren Schlachtschiffen, die auch komplett Breitseite fahren. Ich verstehe das ein bisschen wenig, was dort die Idee hinter ist. Wenn wir auf die Minimap gucken. Einfach Breitseite zu jedem feindlichen Schlachtschiff. Aber so ist das manchmal. Wir haben auf jeden Fall hier einen soliden Job gemacht, haben auf jeden Fall gut gepusht, sind am Leben geblieben, was natürlich auch sehr wichtig ist, in den richtigen Momenten aufgehört zu schießen. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht die Brandenburg noch rausnehmen können. Problem ist auch mittlerweile, ist die Yudachi auch schon im C-Cap. Wir haben hier nicht wirklich viele Möglichkeiten, unser Schiff so zu manövrieren, dass wir hier viel machen können. Versuchen hier nochmal auf die Yamato zu schießen. Müssen aber jetzt wieder Gas geben, weil ich würde gerne nach links rumfahren. Aber rechts kommen sicherlich gleich Torpedos. Ja, da kommt schon der erste Torpedofächer. Der zweite sicherlich nach hinten hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall Gas geben. Verlieren jetzt hier auch unsere Kansas und wie zu erwarten der zweite Torpedofächer werden wir dort weiter rückwärts gefahren. wäre das unser Tod gewesen. Wir haben immer noch eine Heilung und auch ein Schadensbegrenzungsteam übrig. Also Stärke bei diesem Schiff ist natürlich die Überlebensfähigkeit. Wenn man sich richtig anwinkelt, ist dieses Schiff auf jeden Fall eine richtige Festung. Könnten uns hier auch noch den Großkaliber abstauben. Eckgeschütze sind auch noch draußen. Reicht hier leider nicht ganz, um die Brandenburg rauszunehmen. Aber die Gegner haben natürlich mittlerweile alle Caps eingenommen. Die Punkte gehen Richtung 1000. Überleben wir das Ganze hier noch. Wird auf jeden Fall eine enge Sache. Punkte sind aber auf 1000. Sehr, sehr bittere und unnötige Niederlage auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine Runde, die einfach taktisch verloren wurde. Da hatten wir einfach viel zu viele Schlachtschiffe auf der einen Seite, die andere Seite unnötig in Unterzahl quasi die verbleibenden Spieler dort im Stich gelassen. Sind dort halt alle schnell rausgegangen. Dann hatten die Gegner die ganze Kontrolle über die ganze Karte und als Schlachtschiff kann man da natürlich nicht viel machen. Dann nochmal ein bisschen Pech gehabt, dass der Asukai dort das 1 gegen 1 verloren hat gegen die Yugumo, weil er einfach unglücklich in ein Torpedo reingefahren ist, zu dicht rangefahren ist. Das war halt einfach eine sehr, sehr bittere und auch auf jeden Fall unnötige Niederlage. Die Gegner haben nicht unbedingt besser gespielt, außer die Widgeter. Die hat auf jeden Fall einen super Job gemacht. Dort sehr, sehr Cap-fokussiert gespielt. Immer schön in der Mitte gewesen, Radar genutzt und auch die Yugumo hat dort auch einen guten Job gemacht. 168.000 Schaden und ist dennoch mit 56 Zieltreffern. Drei Schiffe aufgeklärt, sogar also wir hier als Schlachtschiff waren ja wirklich fast die ganze Zeit an vorderster Front, haben hier sogar die Aufklärungsarbeit gemacht. Zwei Ausfälle, zwei Zitadellen, dann gab es Feuerfest, Dreadnought und Großkaliber. Bauen uns natürlich auch nochmal das Teamergebnis an. Wir haben hier auf jeden Fall alles gegeben, was möglich war in der Runde. Es war halt einfach nicht wirklich gut, was unser Team einfach von der Positionierung gespielt hat. Wir hatten einfach viel zu viele Schlachtschiffe auf einer Seite und die andere Seite haben wir einfach zu einfach hergegeben. Das war der Schlüssel zum Sieg im Gegnerteam. Auf jeden Fall die Widgeter und Yugumo. Sehr, sehr beteiligt am Sieg. Die beiden Spieler haben dort auf jeden Fall sehr gut an Punkte generiert durch Einnehmen der Caps und dann dementsprechend auch das Gegnerteam relativ eindeutig gewonnen, haben im Endeffekt nur drei Schiffe rausgenommen. Gucken uns nochmal den Wirtschaftszweig an, haben hier wenigstens 100.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit einem einfachen Booster und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Sowjetski Soyuz gewesen sein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schlachtschiff, was die Überlebensqualitäten angeht. Ich glaube, man hat es auch in der Runde wirklich gut gesehen. Wir hatten hier wirklich das halbe Team, was auf uns rumgeschossen hat. Wenn man dort dann auch noch in den richtigen Momenten sich vielleicht mal ein bisschen zurückzieht, ein paar Inseln nutzt und dort auf jeden Fall wieder wartet, dass zum Beispiel Schadensbegrenzungsteams einsatzbereit werden, dann ist dieses Schiff auf jeden Fall relativ schwierig zum rausnehmen oder dann sogar noch Wille zum Wiederaufbau nutzen kann, konnten wir in dieser Runde leider nicht wirklich, aber auf jeden Fall ein solides Schiff und ich habe es schon mal gesagt, also ich finde eigentlich die Stufe 8 Dachtschiffe alle relativ gleichwertig. Das eine oder andere kann das ein bisschen besser. Die Sowjetski Soyuz auf jeden Fall super, was die Überlebensfähigkeiten angeht mit den vielen Trefferpunkten. Relativ gute Panzerung, natürlich butterweich auf der Breitseite, aber wenn man dort nicht wirklich überrascht wird, dann kann man dort auf jeden Fall richtig lange überleben und auch nette Runden haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr mein Twitter-Account, mein Twitch-Kanal, mein Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.